Heute machen wir aus dem iPhone X ein iPhone 11 Pro. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Müsste ich das heutige Video kategorisieren, würde ich sagen. Dinge, die die Welt nicht braucht, die aber absolut skurril und daher sehenswert sind. Ja, denn heute machen wir tatsächlich, zumindest optisch aus einem iPhone X oder XS, ein iPhone 11 Pro. Und das Ganze habe ich gefunden bei AliExpress. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe da ein bisschen rumgestöbert und bin dann auf dieses Produkt hier gestoßen. Nennt sich Kühle Kamera Objektiv und da kann man eben einen Aufsatz auf die Kamera drauf kleben. Und dann hat man die Optik vom iPhone 11. Hier kann man das fürs 11 sehen. Oder eben vom iPhone 11 Pro. Und ich habe mir das fürs iPhone 11 Pro bestellt. Und dann wartet man ein paar Wochen und bekommt für 1,74 Euro das hier geliefert. Das kleine Paketchen, da steht es auch mal hinten drauf. iPhone X, XS oder XS Max wird zum iPhone 11 Pro. Und wir schauen mal rein, was das Hübser für ein Teilchen ist, denn das ist überraschend gut verarbeitet. Ihr seht, wir haben hier den Aufsatz und da haben wir die Aussparungen für die regulären beiden Kameras. In der Mitte haben wir hier nochmal was für den Blitz. Da kann man so ein bisschen durchgucken. Der wird aber durch die Tönung leicht verdeckt oder, ich sag mal, kaschiert. Dann haben wir hier einen Fake-Blitz hier oben, eine Fake-Dritte-Kamera und hier unten die Öffnung für das Mikrofon. Also Fake-Mikrofon natürlich. Und hier ist noch eine Folie drüber. Die nehme ich hier direkt mal runter, damit das ordentlicher aussieht. Damit wir auch besser die Qualität beurteilen können von diesem ach so wichtigen Teilchen. Ach Gott, komm runter. Ja, und so sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Schon viel besser. Wir drehen es mal rum, dann seht ihr, das ist tatsächlich aus einem Stück Aluminium gefräst, das Ganze hier. Also kein billiger Plastik-Scheiß, so sag ich mal, sondern billiger Aluminium-Scheiß. Auf jeden Fall nicht ganz so günstig gemacht, damit es auch ordentlich aussieht. Und hier ist dann der Kleber, womit das Teil dann hier hinten draufgeklebt wird, eben über die normale Linse. Und dann haben wir die iPhone 11 Pro Optik. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir haben hier, genau wie bei einem Screensaver oder so einem Display-Panzerglas, zwei Tücher mit dabei, damit wir hier die Klebestellen gut vorbereiten können. Und zwar einmal ein feuchtes Tüchlein. Damit wische ich hier mal schnell einmal um die Kamera rum. Und dann noch ein Tuch zum Abtrocknen. So, das machen wir jetzt hier richtig ordentlich sauber. Und dann wird das Teil mal aufgeklebt. So, ich gehe auch nochmal hier über die eigentliche Kamera drüber. Und vor allem hier drin habe ich auch schon ein bisschen... Was ist denn das hier? Ja, ein bisschen Dreck. Könnt ihr das sehen? Da hinten, da ist schon ein bisschen was von innen, aber auf der Linse drauf, wie es aussieht. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Naja, egal. Wir schauen einfach mal, wie es dann aussieht. Also Kleber abziehen und dann schön mit Gefühl positionieren und aufkleben. Und wie von Geisterhand habe ich jetzt hier ein iPhone 11 Pro. Ich werde verrückt. Also, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig aussehen wie ein iPhone 11 Pro tut es nicht. Das ist natürlich jetzt hier der fette, sehr fette Kamerahubbel, der hier drauf ist. So groß ist das beim iPhone 11 Pro natürlich nicht. Da gibt es auch nicht hier die metallische Umrandung, sondern das ist ja alles hier Glas. Ein Stück Glas, was hier drüber geht. Aber, naja, wer das nicht genau kennt, der könnte es vielleicht, ja, wenn man es weiter weg hält, vielleicht verwechseln mit dem iPhone 11 Pro. Also, ein echt skurriles Teil. Man sieht auch hier, oder ich sage mal, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, sieht direkt, dass das hier eine Fake-Kamera ist. Aber es ist, Sachen gibt es. Ich packe das hier mal in den Case. Ich habe hier irgendwo noch eins liegen fürs iPhone 11 Pro. Mal schauen, ob es dann ein bisschen besser aussieht. So, ein schönes Silikon-Case. Dann können wir mal gucken, ob auch die Kamera zumindest mal die richtige Größe hat. So, also das Case passt schon mal perfekt hier auf mein iPhone X, auch wenn es für das iPhone 11 Pro gemacht ist. Und dann von der Rückseite her, ja, also man sieht schon, die Proportionen, die passen hier natürlich nicht wirklich. Die richtige Kamera, die ist doch ein Stückchen größer noch. Und das hier ist dann ein bisschen kleiner. Aber zumindest sieht man so nicht mehr, dass es so unheimlich weit hoch steht. Das Ganze, also eine sehr, sehr skurrile Sache, Freunde, wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich es so bekloppt finde. Weil ich denke, die Chinesen, die kommen auf Ideen. Das gibt es ja gar nicht. So, jetzt kommen wir wieder raus hier aus dem Case, damit wir das vollendete Kunststück noch mal sehen können. Also total bekloppt. Wer hier also, ja, ich sage mal, die Unwissenden etwas täuschen will, der kann hier zugreifen. Alle anderen lassen da bitte die Finger von. Ich war einfach nur neugierig und wollte mir das Ganze mal anschauen. Aber eine Sache noch, wir müssen natürlich mal schauen, ob hier die Kamera jetzt noch ordentlich funktioniert oder ob das hier ganz verschwommen aussieht. Also, ja, nee, das sieht immer noch gut aus. Auch hier die Zoom-Kamera. Doch, also die Kamera kann man immer noch benutzen. Da funktioniert auch das Fokussieren noch. Da zumindest wird man oder wird die Kamera nicht behindert hier von dem Aufsatz. Aber, naja, bringen tut es natürlich nichts. So, das war die Rubrik. Sinnlos, aber interessant, Freunde. Ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen interessant, genauso wie ich. Wie gesagt, wer will, ich verlinke euch dieses wunderbare Zubehörteil hier unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst halt nur ein bisschen Zeit haben, denn das hat so gute vier Wochen gedauert bei mir, bis das Teil hier in der Post war. Dafür 1 Euro, was war es, 74? Naja, kann man sich für einen kleinen Gag, für einen Spaß ruhig mal machen. Okay, also, das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Mir Apple Cat. Macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss.